Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es den zweiten Teil zum Thema Patagonien, beziehungsweise ich habe ja am Mittwoch schon den ersten Teil hochgeladen, wo es um die Fotografie ging, also von diesem ganz bestimmten Spot, den ich extrem cool fand. Und da habe ich alles erklärt zum Thema Fotografie, also vor Ort, wie ich das Bild gemacht habe, welche Gedanken ich mir gemacht habe und so weiter und so fort. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann klick auf jeden Fall mal hier oben irgendwo, wo ich es dir verlinke, wahrscheinlich hier. Und schau dir als erstes diesen Teil an und heute geht es um die Bildbearbeitung, beziehungsweise es geht auch darum, dass ich erstmal die Bilder, die ich dann zur Bearbeitung nehme, raussuche, dann bearbeite ich auch das ganze Bild. Und dann wird es noch einen dritten Teil geben, wo ich das Ganze für den Druck vorbereite und dann auch drucken lasse und das Bild dann am Ende wirklich auch fertig an der Wand hängt. Bedeutet, das ist so eine Serie wirklich von A bis Z, wie so ein Bild entsteht, also von den Gedanken, die ich mir vor dem Fotografieren mache, bis hin zum Bild an der Wand. Ich hoffe, dass dir diese Serie gefällt, diese kleine Miniserie. Du kannst es zeigen mit einem kleinen Daumen nach oben und kannst auch gerne unten in die Kommentare deine Gedanken dazu schreiben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Achso, und du kannst mir natürlich auch weiterhin auf Instagram folgen. Übrigens, vielen, vielen Dank. Wir haben tatsächlich einen Tag vor Silvester die Challenge geschafft, 10.000 Follower, also wirklich einen Tag vorher. War wirklich richtig cool, dass es geklappt hat und dafür vielen Dank. Aber wer mir noch nicht folgt, der kann das natürlich auch gerne weiterhin tun. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Das wird auch ein bisschen länger gehen, aber ich hoffe, du bleibst dran. Ich habe jetzt in Lightroom die Fotos importiert und ich habe dieses Bild natürlich auch schon bearbeitet. Ich werde dir jetzt aber natürlich alle Bearbeitungsschritte genau zeigen, damit du auch wirklich nachvollziehen kannst, wie am Ende das Endergebnis entstanden ist. Wenn ich jetzt hier in Lightroom drin bin, dann habe ich hier meine Bibliotheksansicht und habe jetzt hier erstmal alle Bilder, die hier so entstanden sind. Davor hier natürlich auch noch an anderen Locations. Aber das ist ja jetzt hier die Location, um die wir uns kümmern wollen. Und du siehst, wenn ich jetzt hier mal so runterscrolle, erstes Mal, dass ich sehr, sehr viele Fotos gemacht habe. Und zweitens, dass sich hier auch die Lichtstimmung immer wieder geändert hat. Hier am Anfang hatten wir also einen relativ großen Schattenbereich hier vorne im Vordergrund. Da hatten wir also keine Schattenkanten. Und dann ist hier irgendwann die Sonne so ein bisschen nochmal zum Vorschein gekommen. Hat als erstes hier die Berge im Hintergrund nochmal so ein bisschen angeleuchtet. Genauso hier vorne. Und das sind Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Wovon ich im letzten Video gesprochen habe, waren ja solche Geschichten hier zum Beispiel. Sowas stört mich. Also solche Schattenkanten hier, die mitten auf der Wiese sind, die finde ich nicht besonders schön. Aber ich finde es natürlich besonders schön, wenn hier im Hintergrund die Berge schön angeleuchtet werden von der Sonne. Und das ist natürlich eine Sache, da wird man wahrscheinlich selten ein Foto hinbekommen, wo das alles hundertprozentig passt. Und genau deswegen stand meine Kamera auch auf einem Stativ, weil ich dann die Möglichkeit hatte, mehrere Fotos zu machen, die ich jetzt in der Bildbearbeitung dann zusammen kombinieren kann. Da kann man jetzt natürlich drüber streiten. Ja, ist es dann noch ein richtiges Foto? Meiner Meinung nach ist es ein richtiges Foto. Natürlich nutzen wir hier mehrere Momente, die wir zusammenfügen. Also das Foto ist dann quasi über mehrere Minuten entstanden. Aber trotzdem ist es ja so fotografiert. Ich tausche da jetzt auch keinen Himmel aus oder so. Sondern das ist ja alles von dieser Location nur halt mit ein paar Minuten Unterschied, wo halt die Sonne dann entsprechend einmal hier hingeschienen hat. Oder dann auch hier wieder. Hier sieht man es schon ein bisschen besser. Hier ist ja schon wieder so ein bisschen mehr Schatten drin. Also da ist diese Kante einfach nicht mehr ganz so stark. Und das hat sich hier wirklich minütlich geändert. Du siehst es auch hier wieder. Ich finde auch, dass der ganze Steg, dieser ganze Holzsteg zu hell ist, wenn die Sonne hier drauf scheint. Deswegen finde ich das ein bisschen angenehmer, wenn man hier sowas hat, wo das Ganze doch ein bisschen schattiger ist und man dann das Ganze so nutzen kann. Du siehst jetzt hier auch noch ein paar andere Fotografen, die hier an dieser Stelle noch unterwegs waren. Das ist aber kein Problem. Die kann ich im Nachhinein noch sehr, sehr gut rausstempeln. So, schauen wir mal weiter. Hier sieht man jetzt, sind die Schattenkanten sehr, sehr doll geworden. Also hier ist die Sonne nochmal richtig gut rausgekommen. Und jetzt liegt es einfach daran zu erkennen, welche Bilder möchte ich eigentlich dann wirklich am Ende benutzen in dem Bild. Also hier zum Beispiel sieht man, wird dieser Berg hier noch sehr schön oben angeleuchtet. Im nächsten Bild ist das Ganze einfach schon wieder komplett im Schatten. Und so werde ich jetzt hier meine Bilder auswählen. Und im Endeffekt habe ich meine Bilder auch schon ausgewählt. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen weiter nach hinten scrolle, das ist jetzt hier ein Stapel, den ich erstellt habe. Das sind insgesamt acht Bilder, die jetzt hier in einem Stapel sind. Ich kann den Stapel jetzt hier auch zusammenfügen. Dann sieht man das. Diese acht Bilder sind hier in einem Stapel zusammengefügt. Kann ich dir auch mal ganz kurz zeigen, wenn du mehrere Bilder zusammenstapeln möchtest. Nehme ich jetzt als Beispiel einfach mal diese drei. Einfach alle drei markieren. Rechtsklick drauf und dann sagen Stapeln und dann in Stapel gruppieren. Und dann hat man genau das. Ich habe mir diese Bilder jetzt hier einfach zusammengesucht. Also das sind Bilder, die zu unterschiedlicher Zeit entstanden sind. Die sind jetzt hier nur alle hintereinander dargestellt, weil sie halt in einem Stapel liegen. Und hier habe ich auf der einen Seite als erstes, das ist mein Himmel, den ich nutzen möchte. Also hier war wirklich der Himmel am schönsten. Dann habe ich hier zwei Fokus-Stackings gemacht. Einmal ein Fokus-Stacking, wo die Sonne hier wirklich alles schön angeleuchtet hat. Das ist einmal Stacking Nummer eins hier. Und das ist das erste Bild, wo ich hinten auf die Berge, glaube ich, fokussiert habe. Müssen wir mal ganz kurz warten, bis das Ganze hier geladen hat. Genau, hier sind hinten die Berge scharf. Dann das zweite Bild. Da habe ich dann hier irgendwo auf den Mittelgrund scharf gestellt. Das wird man jetzt auch gleich sehen. Ja, da liegt der Fokus irgendwo hier vorne schon. Und das dritte Bild, das ist dann wirklich hier ganz vorne auf den Vordergrund gelegt von diesem Holzsteg, damit wir das im Endeffekt auch noch scharf haben. Und diese drei Bilder kann ich jetzt dann in Photoshop zusammenfügen und daraus ein komplett scharfes Bild machen. Das habe ich natürlich schon mal gemacht. Ich werde es jetzt aber einmal zeigen. Hier haben wir unser zweites Fokus-Stacking. Hier war es dann tatsächlich so, dass der Vordergrund schön im Schatten lag, was ich dann natürlich auch nutzen möchte. Und wenn ich diese beiden Fokus-Stackings dann im Endeffekt zusammenfüge, dann habe ich die Möglichkeit, mit diesen beiden Fokus-Stackings das Ganze nochmal zu kombinieren, den Himmel noch einzufügen, so wie ich ihn gerne hätte. Und hier habe ich noch ein Einzelbild gemacht, weil wir hier auch nochmal die Sonne auf den hinteren Bergen so ein bisschen drauf haben. Vielleicht kann man das auch nochmal reinmalen. Also das waren jetzt so die Überlegungen. Und es gab auch eine Frage unter dem letzten Video, wie wähle ich eigentlich meine Bilder genau aus, beziehungsweise woher weiß ich, was meine Fokus-Stackings sind. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Manchmal schreibe ich mir das tatsächlich einfach in eine Notiz-App auf im Handy. Aber genauso gut kannst du natürlich hier das Ganze auch einfach ein Stück weit merken, beziehungsweise wenn du jetzt hier durchgehst, dann siehst du, dass der Bildausschnitt immer so ein ganz kleines bisschen, das sind wirklich nur ein paar Pixeln. Aber achte jetzt mal genau drauf, wenn ich durch die Bilder durchgehe. Durch dieses verschiebendes Fokus ist der Bildausschnitt auch immer ein ganz kleines bisschen anders. Und daran sieht man auch, dass man an dieser Stelle hier ein Fokus-Stacking gemacht hat. Ich weiß auch, dass ich über den gesamten Abend immer genau drei Bilder gemacht habe für ein Fokus-Stacking. Und wenn ich jetzt hier so drei Sonne Bilder hintereinander habe, wo sich der Fokus, beziehungsweise der Bildausschnitt hier so ein bisschen verschiebt, dann weiß ich, das ist ein Fokus-Stacking. Aber wie gesagt, man kann es auch einfach mit einer Notiz-App machen im Handy. Beziehungsweise habe ich auch unter dem Kommentar gesehen, wurde nochmal kommentiert von einem anderen User, der dann zum Beispiel auch ein belangloses Bild, wie er es genannt hat, macht. Damit er weiß, okay, das ist jetzt hier der Endpunkt, beziehungsweise auch der Startpunkt von einem Fokus-Stacking. Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich mir das mehr oder weniger merke. Manchmal schreibe ich es mir ins Handy auf und wie gesagt, ich sehe es halt eigentlich auch hier, dass das hier ein Fokus-Stacking ist. Ja und danach wähle ich mir die Bilder aus und wie gesagt, dann habe ich nochmal nach einem Bild gesucht, wo hier so ein bisschen die Sonne im Hintergrund auf den Bergen drauf ist. Und genauso wollte ich einen schönen Himmel haben. Hier ist der Himmel schön dramatisch. Die Wolken werden hier noch ein bisschen von der Sonne angeleuchtet. Und vor allem habe ich hier auch ganz oben so einen natürlichen Rahmen. Hier schließen diese Wolken quasi das Bild so ein bisschen ab. Und das hat mir besonders gut gefallen. So, das ist also meine Auswahl an Bildern. Und ich würde jetzt als erstes so eine kleine Grundbearbeitung machen. Also ich gehe jetzt hier mal in das Entwicklmodul rein und du siehst jetzt hier, ich habe so eine leichte Grundbearbeitung gemacht. Ich habe also die Tiefen ein bisschen aufgehellt, die Lichter noch ein bisschen abgedunkelt. Ich weiß gar nicht, ob ich noch viel mehr gemacht habe. Ja, so ein bisschen in der Kalibrierung habe ich die Farbwerte noch angepasst. Also wenn ich das jetzt hier mal rausnehmen würde, dann siehst du, so ein bisschen habe ich die Farbwerte hier angepasst. Das ist so ein bisschen mehr, ja, so in der Tonung auch so ein bisschen mehr Richtung Magenta geht in dem Himmel hier, um den Sonnenuntergang noch so ein bisschen zu betonen. Aber das sind nur außen. Also das ist nicht viel. Und ich habe meine Objektivkorrekturen noch angewendet hier. Also die Profilkorrekturen und die chromatischen Aberrationen habe ich entfernt. Und das Bild habe ich auch geschärft. Ja, also hier mit einem Betrag von 90. Radius habe ich auf 0,6 gestellt, damit es eine sehr feine Schärfe ist. Und das Ganze habe ich dann noch ein bisschen ausmaskiert, damit es wirklich auch nur in den Bereichen geschärft wird, wo das Ganze dann angewendet wird. So. Ansonsten Teiltonung ist nicht drin. In der HSL-Tabelle habe ich auch nichts gemacht. In der Gradationsgur habe ich auch nichts gemacht. Also das sind, wie gesagt, wirklich jetzt hier in der RAW-Entwicklung nur ganz kleine Sachen, die ich bearbeitet habe. Und dann habe ich mir jetzt hier diese drei Bilder genommen und habe jetzt gesagt, ich möchte das Ganze, Rechtsklick, bearbeiten und in Photoshop als Ebenen öffnen. Das werde ich jetzt hier auch einmal tun, denn ich möchte dir natürlich genau zeigen, wie dieses Fokus-Stacking funktioniert. Und daraus entstanden sind dann hier zwei Ergebnisse, also zwei Fokus-Stackings. Und die habe ich natürlich auch schon als Datei hier entsprechend vorliegen. So, jetzt haben wir hier unsere drei Bilder in Ebenen geladen. Was wir jetzt machen müssen, ich mache jetzt hier als erstes mal diese Palette noch zu. Ich kopiere mir diese Ebenen ganz gerne nochmal, weil wenn man hier einmal so ein Fokus-Stacking erstellt hat, dann sind diese Ebenen quasi verrechnet miteinander. Und deswegen nehme ich die einfach mal alle und ziehe sie auch mal hier auf das neue Ebenen-Symbol. Dann habe ich jetzt hier quasi sechs Ebenen drin. Und als erstes werde ich jetzt hier mal alle sechs Ebenen mir anwählen mit gedrückter Shift-Taste. Und auf Bearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Denn du hast ja gesehen, die liegen nicht mehr Pixel genau übereinander. Wenn man den Fokus verschiebt, dann verschiebt sich auch so ein bisschen der Bildausschnitt. Und um das zu korrigieren, müssen wir als erstes die Ebenen automatisch ausrichten. Das macht Photoshop sehr, sehr gut. Also da einfach mal alle Ebenen auswählen, überbearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Und das Ganze ist sofort erledigt. So, jetzt ist das Ganze hier erledigt. Und ich werde jetzt mal die oberen drei Ebenen ausblenden. Die werde ich nur verwenden, wenn überhaupt, wenn das Fokus-Stacking nicht zu 100% funktioniert. Also man kennt es ja vielleicht, wenn du schon mal Fokus-Stacking in Photoshop gemacht hast, dass so kleine Bereiche manchmal nicht ganz optimal sind. Und dafür sind diese drei Ebenen da, dass ich das nochmal manuell dann quasi korrigieren kann. Aber diese drei Ebenen, die ich jetzt hier in das Fokus-Stacking packe, die werden ja miteinander verrechnet. Und deswegen brauche ich diese drei Ebenen nochmal als Kopie quasi. So, jetzt habe ich auch nur diese unteren drei Ebenen hier quasi mir anzeigen lassen. Die werde ich jetzt hier alle drei nochmal auswählen mit gedrückter Shift-Taste. Und dann gehe ich wieder auf Bearbeiten und diesmal Ebenen automatisch überblenden. Und dann sage ich hier Bilder stapeln. Nahtlose Töne und Farben, inhaltsbasierte Füllung für transparente Bereiche. Das ist auch ganz gut, weil dann bekommt man jetzt hier am Rand auch das Ganze nochmal so ein bisschen aufgefüllt. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und du wirst jetzt gleich sehen, wie Photoshop hier aus diesem Bild, was Teilbereiche scharf hat, ein komplett scharfes Bild macht. Und das wirklich in kurzer Zeit. Und vor allem, es ist auch super einfach. Du siehst es jetzt hier. Wir haben jetzt hier diese drei Ebenen, die jetzt hier jeweils eine Ebenenmaske bekommen haben. Und ganz witzig, ich kann jetzt hier mal mit gedrückter Options- oder Alt-Taste auf diese Ebenenmaskenminiatur klicken. Dann siehst du auch, wo das Ganze jetzt hier entsprechend dann maskiert wurde. Also die vorderste Ebene hier, die wurde wirklich nur ganz unten hier angewendet. Und die mittlere Ebene, das ist jetzt hier so der Mittelgrund. Und dann die hintere Ebene, das ist alles, was jetzt hier so dann im hinteren Bereich stattfindet. Das ist also alles scharf geworden. Sieht sehr gut aus. Und das Ganze wurde auf eine neue Ebene hier reduziert. Das ist also jetzt hier unser Endergebnis quasi. Das bedeutet, um ein bisschen Speicherplatz zu sparen, könnten wir jetzt hier diese drei Ebenen direkt mal wieder löschen. Ich wähle die jetzt also alle an und dann schiebe ich die einfach auf den Papierkorb und wir haben ein bisschen Speicherplatz gespart. So, und jetzt können wir hier mal ein bisschen näher reinzoomen in das Bild und einfach mal gucken, ob es hier irgendwo noch kleine Bereiche gibt, die jetzt nicht ganz sauber verarbeitet wurden von Photoshop. Man sieht jetzt hier schon, die Berge sind schön scharf. Man kann jetzt hier auch nochmal reingehen und hier mal die scharfe Ebene, die jetzt hier vor allem für die Berge zuständig ist, nochmal aktivieren. Das ist die jetzt hier. Und da sieht man zum Beispiel hier in dem Wasser. Das sieht man jetzt vielleicht gar nicht so mit dem bloßen Auge am Anfang. Aber wenn ich jetzt hier diese Ebene mal aktiviere, dann siehst du, wie jetzt hier so ein kleiner Fehler entstanden ist, der nicht ganz optimal ist. Und genau dafür und auch hier übrigens in der Insel hier im Vordergrund, hier sieht man auch, hier hat man eine ziemlich krasse Unschärfe drin. Und das können wir jetzt hier einfach mit dieser Ebene wieder rein maskieren. Und genau das werde ich jetzt auch mal tun. Auch hier in den Wolken so ein kleines bisschen noch. Wobei das hier in den Wolken nicht wirklich auffällt. Wichtig sind mir hier vor allem die Bergspitzen, dass ich da nochmal gucke, vorher, nachher. Es sieht soweit aber erstmal alles ganz gut aus. Hier hinten, hier ist es ein bisschen unscharf tatsächlich. Ja, da sieht man auch, hier liegt so eine kleine Wolke eigentlich drüber. Also hier werden wir es dann auch ein bisschen rein maskieren. Und hier in dem Bereich auch so ein kleines bisschen hier unten. Und jetzt kann man hier die Ebene immer an und aus machen. Und damit das Ganze, ja, quasi noch so ein bisschen wieder rein maskieren. Okay, also gehen wir mal von vorne nach hinten hier durch. Ich werde jetzt dieser Ebene hier erstmal eine schwarze Ebenenmaske verpassen. Mit gedrückter Alt- oder Optionstasse mache ich das. Und dann mit einem Klick hier auf das Maskensymbol. Übrigens, all das, was ich jetzt hier mache, gibt es in meinem Photoshop für Fotografen Teil 2 Kurs. Ja, also da geht es dann um die Luminanzmasken, um Fokus-Stacking und so weiter. Und all das, was ich jetzt hier ein bisschen schneller erkläre, wird da richtig ausführlich erklärt. Wenn du also mit dem Thema anfangen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, gehen wir auf meinen Online-Shop und da dann entsprechend Photoshop 2 oder beziehungsweise Photoshop für Fotografen Teil 2 dir mal genauer anschauen. So, ich werde mir jetzt hier einen Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe nehmen. Deckkraft 100, ja, das ist gut. Und dann male ich jetzt hier einfach diese Ebene an der Stelle wieder rein. Beziehungsweise ich male es jetzt hier alles so rein, dass es dann am Ende auch wirklich komplett scharf ist. Ja, hier, also den Bereich haben wir. Jetzt mal mal gucken, hier vorne war auf jeden Fall die Insel, die müssen wir noch wieder scharf bekommen. Male ich hier an der Stelle auch wieder rein, das Wasser hier auch. Übrigens als kleine Info, ich nutze jetzt gerade kein Grafiktablett, weil mein Grafiktablett nämlich gerade verliehen ist. Ich habe es also gerade nicht hier. Ansonsten kann ich nur empfehlen, das Ganze wirklich mit einem Grafiktablett zu machen, weil man da einfach viel besser malen kann, eine viel größere Kontrolle darüber hat. Also mit der Maus ist das jetzt nicht unbedingt das Beste, was man hier machen kann. Aber für diese Zwecke hier reicht das aus. So, hier malen wir auch nochmal so ein bisschen über die Berge rüber. Hier war noch ein bisschen was unscharf, genau. Das sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hier hinten, genau, malen wir nochmal so ein bisschen über die Bergspitze drüber. Dann kriegen wir hier auch unsere Wolke wieder rein. Und das sieht doch schon mal so weit ziemlich gut aus. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Hier so ein kleines bisschen hier noch in den Rand reinmalen, genau. Ja, und hier in die Berge nochmal, genau. So, hier war auch noch so ein bisschen Unschärfe drin. Aber du siehst, es ist relativ einfach und wenn man das dann einmal gemacht hat, dann ist es auch kein Problem mehr. Hier ist ein bisschen Unschärfe drin. Es liegt aber nicht daran, dass Photoshop jetzt einen Fehler gemacht hat, sondern es war einfach mega windig. Und tatsächlich mit der Verschlusszeit, die ich da gewählt habe, sind einfach manche Grashalme, die dann so ein bisschen im Wind wehen und wo man dann einfach, ja, das nicht ganz scharf bekommen hat. So, der Steg jetzt hier vorne sieht eigentlich auch ganz gut aus. Hier ganz unten haben wir so ein kleines bisschen noch was. Das kann man dann aber auch rausschneiden. Das kann man so ein bisschen rauskoppeln. Wir haben insgesamt hier an den Rändern so eine kleine Unschärfe drin. Das kann ich dann am Ende aber noch, wie gesagt, beschneiden. So, dann haben wir jetzt hier unser fertiges Bild. Jetzt kann ich das Ganze schließen, speichern und das Ganze wird dann entsprechend wieder zurück in Lightroom geladen. Und jetzt zeige ich dir auch mal die fertige Datei davon. Das ist die hier nämlich geworden. Das ist jetzt hier quasi das fertige Fokus-Stacking für das erste Fokus-Stacking. Und genau das Gleiche mache ich jetzt mit den anderen drei Bildern hier auch nochmal. Also diesmal mit den drei Bildern hier, wo wir also schon den Schatten drin haben. Und das wäre dann jetzt diese fertige Datei. Diesen Vorgang, den ich dir jetzt gezeigt habe, also quasi einfach zweimal machen. Und dann haben wir diese zwei Dateien, die wir dann entsprechend weiterverarbeiten können. Du siehst jetzt auch hier mein Fokus-Stacking mit den RAW-Dateien. Die haben alle hier einen Stern bekommen. Die fertigen Dateien, die daraus entstanden sind, die haben zwei Sterne bekommen. Einfach, dass ich es besser sehen kann, was jetzt hier die fertigen Bilder sind. Das sind jetzt hier auch schon TIFF-Dateien. Ja, also diese Datei und diese Datei haben zwei Sterne. Die werde ich jetzt hier weiter bearbeiten. Und genauso habe ich jetzt auch der Himmels-Datei hier zwei Sterne gegeben, weil die möchte ich auch weiter bearbeiten. Und diese Datei hier hat auch zwei Sterne bekommen, weil da hinten dann noch die Sonne so ein bisschen auf den Berg fällt. Und das sind jetzt hier meine vier Dateien, die ich dann wieder in Photoshop lade. Auch wieder ein Rechtsklick drauf. Auch wieder sagen, bearbeiten in Photoshop als Ebenen öffnen. So, wir haben jetzt hier unsere vier Ebenen insgesamt geöffnet. Das ist also hier unser Fokus-Stacking 1. Das ist unser Fokus-Stacking 2. Das ist der Himmel. Und das ist die Sonne hier hinten auf den Bergen nochmal. Deswegen, ich nenne das jetzt einfach auch mal so. Sonne. Die zweite Ebene, das ist unser Himmel. Die dritte Ebene ist Stack 1. Und die vierte Ebene ist Stack 2. So, und jetzt müssen wir als nächstes erstmal diese Ebenen alle wieder wirklich pixelgenau übereinander legen. Deswegen alle einblenden, alle markieren, bearbeiten und dann Ebenen automatisch ausrichten. Das muss man jetzt also nochmal machen, damit man auch wirklich sicher ist, dass das hier alles pixelgenau übereinander liegt. Und dann werden wir anfangen, das Ganze entsprechend zu verblenden. So, jetzt sieht man auch, dass hier so ein kleines bisschen ein Rand entstanden ist. Aber das werden wir ganz am Ende noch rausschneiden, dann so wie wir es brauchen. Ich werde jetzt erstmal anfangen, hier diese Ebenen so ein bisschen zu sortieren. Ich blende jetzt erstmal alle aus. Mein Stack 1, das packe ich mal ganz nach unten als Base quasi. Also damit fangen wir an. Und dann möchte ich aus dem Stack 2 hier quasi noch so ein bisschen was einblenden, wo hier diese Inseln so ein bisschen im Hintergrund noch von der Sonne eingeschienen werden. Und deswegen Stack 2 hier drüber gelegt. Hier im Vordergrund gefällt es mir echt nicht so gut. Aber deswegen werde ich jetzt hier einfach mal eine Ebenenmaske erstellen. Weiße Ebenenmaske, schwarze Vordergrundfarbe, Verlaufswerkzeug hier. Und dann hier mit einem schwarzen Verlauf, der zu transparent geht oder ein schwarzer Verlauf, der zu weiß geht. Das ist vollkommen okay. Dann einfach mal hier ansetzen und so einen kleinen Verlauf hier reinziehen. Und dann haben wir jetzt hier im Vordergrund schön den Steg und die Wiese, die so ein bisschen ausbalancierter ist vom Licht. Und im Hintergrund, da fängt die Sonne an, so ein bisschen in das Bild reinzuscheinen und entsprechend das Ganze hier auch anzuleuchten. So, dann werde ich als nächstes mal den Himmel hier noch mit reinblenden. Auch das hier mal rüberziehen und dann hier auch wieder mit einer Ebenenmaske arbeiten. Auch wieder mit, ja diesmal eigentlich eine schwarze Ebenenmaske. Ich nehme das nochmal zurück und drücke dabei die Alt-Taste oder die Optionstaste und dann auf dieses Ebenenmasken-Symbol hier. Und dann kann ich mir die hier entsprechend einblenden. Dafür nehme ich jetzt eine weiße Vordergrundfarbe. und werde jetzt hier mal von ungefähr hier, so von der unteren Kante des Berges, mal so leicht hier noch runterziehen. Da muss man jetzt mal so ein bisschen gucken, wie stark man diesen Verlauf hier mit reinbringt, damit der Übergang hier auch gut ist. Ja, hier oben fängt es schon so ein bisschen an. Ja, ich nehme das nochmal so ein bisschen zurück. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, wie doll man jetzt diesen Himmel einblendet. Ja, gefällt mir immer noch nicht so 100%. Ich fange mal ein bisschen weiter oben an. Ne, das gefällt mir auch gar nicht. Ich denke mal hier so kurz unter der Spitze von dem Berg und dann ziehe ich das Ganze hier mal so ein bisschen runter. So gefällt mir das eigentlich schon ziemlich gut. Und jetzt können wir mal gucken, hier Sonne, dass wir die noch so ein bisschen reinblenden. Ähm, da muss ich jetzt sagen, bin ich mir auch noch so ein bisschen unsicher, ob mir das gefällt, dass die Spitzen von dem Berg hier so komplett in den Wolken hängen. Oder ob ich dann doch, es mir besser gefällt, wenn der Berg hier so ein bisschen angeleuchtet wird. Ja, schwierige Entscheidung. Also vielleicht male ich jetzt hier nochmal so ein bisschen rein in den Himmel. Übrigens hier Himmel mit Doppel-L ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, das fällt mir erst jetzt auf. Also Himmel natürlich nur mit einem L. Ähm, mal gucken, ob ich das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen wieder reinmale. Mit geringerer Deckkraft. Auch mit einem geringeren Fluss. So, ein bisschen größer den Pinsel. Und natürlich mit schwarzer Vordergrundfarbe. Und jetzt mache ich hier das Ganze so ein bisschen heller. Hier hat also die Sonne ein bisschen mehr gegen geschienen. Ja, es gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut, wenn hier so ein bisschen Licht drauf fällt noch. Und so kann ich das Ganze jetzt hier so ein bisschen noch reinmalen wieder. Ja, gefällt mir deutlich besser. Und so ein bisschen kann man ja hier auch die Spitzen wieder reinmalen. Dann scheint halt hier das Ganze durch die Wolken so ein bisschen durch. Das ist ja auch vollkommen realistisch so. Hier unten auch so ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir hier diese Bergspitze, die einfach so ein bisschen mehr noch angeleuchtet wird. Gefällt mir wesentlich besser, weil es so einen kleinen Akzent einfach noch setzt. Da muss man halt sehr vorsichtig sein beim Maskieren. Aber so, denke ich mal, sieht das Ganze schon richtig top aus. So, okay. Und jetzt können wir vielleicht noch die Sonne hier, also diese Sonnenpartie hier noch so ein bisschen reinmalen. Deswegen auch hier das Ganze wieder eingeblendet mit dem Augensymbol und dann mit einer schwarzen Ebenenmaske erstmal versehen. Also Options- oder Alt-Taste dabei drücken. Das Ganze wird komplett ausgeblendet und jetzt mit einer weißen Vordergrundfarbe. Jetzt kann ich ruhig die Deckkraft hier ein bisschen höher setzen und den Fluss auch ein bisschen höher setzen. Und auch die Pinselspitze ein bisschen größer. Und jetzt male ich das Ganze hier einfach da rein, wo ich es noch brauche. Übrigens auch, wenn man jetzt hier sieht, hier an dieser Stelle wird das Ganze wieder dunkler, weil wenn man jetzt hier zu drüber malt, ganz einfacher Tipp, das Ganze in dem Ebenen-Mischmodus hier auf Aufhellen stellen und schon bleibt das Ganze hier, selbst wenn man drüber malt, dann entsprechend hell. So. Ja, das sind so einfach kleine Tipps, die man auch gerade in diesem Photoshop-Grundkurs von mir lernt. Also es gibt ja inzwischen zwei Teile davon. Wie gesagt, wenn du da Bock drauf hast, schau einfach mal auf meinem Online-Store vorbei und da wird das alles nochmal ganz genau erklärt. Jetzt haben wir das auch drin. Jetzt sind wir hier eigentlich fertig mit dem Blending. Sieht gut aus, gefällt mir. Und was ich jetzt noch machen kann, hier zum Beispiel sieht man noch so ein bisschen die Überreste von dem einen Fotografen. Ich werde mir jetzt einfach mal so eine leere Ebene hier nehmen und dann entweder mit einem Kopierstempel hier oder auch mit einem Reparaturpinsel dann so ein bisschen hier noch Sachen rausnehmen. Ich nehme zum Beispiel auch mal dieses Verkehrsschild hier noch raus. Einfach die Alt-Taste drücken. Ja, ein bisschen zu nah dran gewesen. Die Alt-Taste drücken, was aufnehmen und dann kann man das Ganze hier entsprechend rausstempeln. Und dadurch, dass es hier so eine relativ krasse Textur ist, kann man das auch ganz einfach machen. Da fällt halt auch nicht auf, wenn man jetzt hier dann hier ein bisschen gröber drüber malt. So, der Fotograf ist auch raus. Das ist gut. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, ob hier noch irgendjemand ist. Das sieht aber alles soweit ganz gut aus. Jetzt kann man hier noch überlegen, ob man hier so ein paar Kleinigkeiten mal rausstempelt, die vielleicht noch so ein bisschen irritieren im Vordergrund. Ja, aber eigentlich sieht es soweit alles ganz gut aus. Es sind dann wirklich so Kleinigkeiten. Also sowas hier kann man nochmal ein bisschen mit Grün drüber malen. Dann fällt das hier nicht ganz so ins Gewicht. Oder auch hier so im Vordergrund kann man hier nochmal so ein bisschen drüber gehen und zum Beispiel sowas hier so ein bisschen rausstempeln. Aber das sind, wie gesagt, wirklich Kleinigkeiten, die jetzt mir auffallen. Gerade wenn es ein Portfolio-Shot ist, dann kann man sich hier wirklich nochmal so ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das Ganze noch so ein bisschen detailgetreuer zu retuschieren. Ja, ich will jetzt einfach gucken, dass nichts da ist, was das Auge irgendwie irritiert. Und zum Beispiel, das hier ist ein Bereich, den ich eigentlich nicht so gut finde, aber den jetzt komplett rauszunehmen, finde ich jetzt auch nicht so gut. Das war halt da auch die Natur. Ein bisschen kann man die dann auch so lassen. Aber so ganz grobe Sachen, die halt wirklich das Auge stören, da kann man halt schon mal rübergehen und das Ganze so ein bisschen optimieren. So, das war es jetzt auch mit dem Stempeln soweit erstmal. Das Bild sieht schon mal soweit sehr, sehr gut aus. Jetzt geht es rein in die Luminanzmasken, um das ganze Bild noch so ein bisschen zu optimieren. Wie gesagt, Luminanzmasken, sehr, sehr großes Thema. Ist alles erklärt in dem Photoshop für Fotografen Teil 2 Kurs. Habe ich dir alles verlinkt. Und dort habe ich mir auch diese Aktion hier erstellt. Und ich werde jetzt als erstes mir mal hier die Mitteltöne 2 auswählen. Und in diesen Mitteltönen dann Kontrast aufbauen. Also ich habe jetzt hier die Auswahl erstellt. So. Und werde dann hier auf die Korrekturenpalette gehen und mir eine Gradationskurve erstellen. Und dann hier die Tiefen noch ein bisschen abdunkeln. Und die Lichter ein bisschen auffällen. Dadurch kriegen wir so ein bisschen mehr Kontrast in das Bild. Was aber auch auffällt, es wird extrem gesättigt. Ja, sieht man jetzt hier sehr gut. Das kann man verändern, indem man jetzt hier den Ebenenmischmodus von Normal auf Luminanz stellt. Dann werden wirklich nur die Helligkeiten bearbeitet. Und hier haben wir jetzt entsprechend mehr Kontrast drin. Gefällt mir gut. Was mir jetzt hier noch auffällt zum Beispiel. Die Wolken hier sind teilweise noch ein bisschen sehr weiß. Da kann ich jetzt hier nochmal auf meine Kopierstempel-Ebene zurückgehen. Und dann nehme ich mir jetzt hier einfach mal einen Pinsel. Auch wieder mit ein bisschen geringerer Deckkraft, ein bisschen geringerer Fluss. Und wenn ich den Pinsel habe und dabei, also die Größe mache ich auch noch ein bisschen kleiner. Wenn ich jetzt hierbei einfach mal die Alt-Taste bzw. die Optionstaste drücke, dann ändert sich das Ganze in eine Pipette. Und jetzt kann ich hier reingehen. Ich nehme mal die Deckkraft noch weiter zurück. Kann ich hier reingehen und mir so ein bisschen eine dunklere Farbe aussuchen hier von diesem Gelb. Und dann kann ich das hier einfach nochmal so ein bisschen drüber malen und damit die Wolken so ein bisschen abdunkeln, damit wir hier nicht so eine krassen Spots drin haben, die dann schon sehr ausgebrannt aussehen. Ja, also hier vielleicht auch nochmal so ein kleines bisschen drüber gehen. Das ist deutlich besser so. Perfekt. Okay. Ah, sieht jetzt einfach wesentlich besser aus, wenn man es vergleicht. Genau. So, dann haben wir die Kurven hier. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal mir die Schatten auswählen. Und da jetzt auch mal wirklich nur die dunkleren Schatten, also Schatten 3. Und die möchte ich auch nochmal so ein kleines bisschen abdunkeln. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder in die Korrekturen rein, wieder in die Gradationskurve. und mache jetzt hier die relativ dunklen Schatten noch ein bisschen dunkler. Ja, das gefällt mir ganz gut. Wo es mir nicht gefällt, ist hier oben in den Wolken. Da nehme ich es wieder raus. Deswegen werde ich das Ganze jetzt hier in eine neue Gruppe packen. Und diese Gruppe kriegt auch nochmal eine Ebenenmaske. Und da werde ich jetzt einfach mit schwarzer Vordergrundfarbe das Ganze hier oben wieder rausnehmen. So. Und dann betrifft das hier die oberen Wolken auch nicht mehr. Jetzt finde ich insgesamt das Bild ein bisschen ja, von dem Farbton noch nicht optimal. Deswegen gehe ich jetzt hier mal in die Farbton-Sättigung-Ebene rein. Ich muss jetzt aufpassen, dass das jetzt hier nicht in diese Gruppe kommt, sondern die packe ich hier oben drüber. Und ich glaube so insgesamt, ich gucke mal, ob ich insgesamt so den Farbton so ein bisschen verstellen möchte. Also auf Plus 1. Und dann gehe ich jetzt hier auch nochmal in die Grüntöne rein und werde die Grüntöne auch nochmal so ein bisschen verändern. Und auch die Gelbtöne, weil natürlich auch gerade hier in dem Rasen viel Gelb mit drin ist. Schieben wir das auch nochmal so ein bisschen weiter Richtung Grün. Ja, so Plus 4 ungefähr. Ja, das gefällt mir besser. Sonst ist mir das hier alles zu rot. Und ich will da so ein bisschen mehr Farbseparierung drin haben. Und so sieht es deutlich besser aus. Okay, das gefällt mir gut. Muss ich eigentlich auch nicht weiter maskieren. Das gefällt mir eigentlich überall. Ich muss nur mal gucken, jetzt hier in den Wolken. Ja, so ein kleines bisschen ist es in den Wolken drin. Okay, ich nehme also doch nochmal einen schwarzen Pinsel hier, beziehungsweise ein Verlaufswerkzeug. Und werde das Ganze jetzt hier aus den Wolken ausmaskieren. Ja, gefällt mir so deutlich besser. Okay, dann bin ich eigentlich soweit fast fertig. Ich werde jetzt hier mal alles auf eine neue Ebene packen. Also mit Shift, Command, Optionstaste und E packe ich alles bisher hier auf eine neue Ebene. Und dann gibt es nochmal einen Filter, nämlich einen Schärfefilter. Und der sonstige Filter, Hochpass, kann ich das Ganze dann hier nochmal schärfen. Ich habe dann hier so 1,5 Pixel ungefähr, was ich immer nehme. Und diese Ebene stelle ich jetzt einfach vom Mischmodus auf Ineinander kopieren. Und schon habe ich jetzt hier meine Kanten nochmal gut geschärft. Also kann man jetzt hier auch nochmal gucken. So sieht es ohne aus, so sieht es mit aus. Da ist ordentlich Schärfe nochmal reingekommen. Kann man sich überlegen, vielleicht sogar nochmal von der Deckkraft ein bisschen runter zu regeln. So auf 70 Prozent ungefähr. Perfekt. Und jetzt haben wir hier ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Also ich denke mal, so kann man das Bild auf jeden Fall lassen. So und was wir jetzt noch machen müssen, ist das Bild hier so ein bisschen noch kroppen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf das Freistellungswerkzeug. Ich werde jetzt hier also überall so ein bisschen das noch reinkroppen, damit wir hier an den Rändern auf jeden Fall diese Unschärfe raushaben. Das gefällt mir gut. Ich denke mal, ich lasse es hier bei so einem 3 zu 2 Format. Ja, das gefällt mir gut. Und dann klicke ich hier einmal auf Bestätigen. Perfekt. Das ist das fertige Bild. Das kann ich jetzt hier einfach abspeichern und dann das Ganze wieder zurück nach Lightroom bringen. Das war's mit diesem Teil. Es geht dann im dritten Teil weiter mit dem Druck. Bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Bild bearbeiten, beim Fotografieren. Wie gesagt, falls du Interesse daran hast, es gibt Photoshop-Kurse in meinem Online-Store. Dort wird das auch alles nochmal sehr präzise und sehr genau und auch sehr verständlich erklärt, wie das Ganze mit den Luminanzmasken funktioniert, mit dem Fokus-Stacking und so weiter. Das hat jetzt natürlich hier alles ein bisschen schneller geklappt. Aber falls du da noch nicht so intensiv in dem Thema drinsteckst, dann schau auf jeden Fall mal in meinem Online-Store vorbei. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Bis dann. Bis dann.